Leute, wenn das nicht schlau war, dann weiß ich auch nicht. Hahaha, ich sterbe, Leute. Also mal ohne Scheiß, wie überlebt er das? Wie überlebt er das? Willkommen zum weiteren Video auf meinem Kanal, Leute. Ja, heute gibt es ein sehr, sehr cooles Pack vorzustellen. Das Bett ist Gold. Das Bronze ist blau. Vieles ist Gold und Blau. Das ist das Prings 5K-Pack, Leute. Download es in der Videobeschreibung. Auch nochmal HGW an den Lieben Prings für seine 5K. Sehr verdient, hat er lange für angestrebt. Und ja, Leute, heute ist das Thema einfach das Pack. Das ist ein edles Blau-Gold-Pack, was mir extrem gut gefällt. Ich überlege, ob ich das als Lieblings- und Standard-Pack nehme. Denn, Leute, ihr seht, diese Blöcke sind sehr hochauflösend. Sie sind so Gold-Blau. Und ich feiere das so heftig. Also ich finde das Pack halt so schön, Leute. Und, sorry, Aufstoßer. Und selbst ich mit meinem schlechten PC kann damit spielen. Und das bedeutet viel, Leute. Das bedeutet echt viel. Also merkt es euch, Leute, auch für schlechte PCs ist dieses Pack hervorragend geeignet. Und es ist einfach übel nice. Auf jeden Fall ist der Download-Link in der Videobeschreibung. Macht den Prings mal die 5200 voll. Ich will das in zwei Tagen sehen, Leute. Ja, wer übrigens noch nicht mein Video gesehen hat, mein erstes Video über One-Out, also meine erste Ausgabe von dem Format Hashtag One-Out, dann schaut es euch an. Es gab nämlich einen Abo-Box-Bug, durch den ich halt sehr wenige Aufrufe auf dem Video bekommen habe. Also, Gönnung, Leute, Gönnung. So, den können wir aber noch easy stoppen und abstorben. Das war jetzt sehr asozial, aber ist mir egal. Die Rüstung ist so Default, aber die Picke, die finde ich grenzwertig. Geht aber, ist halt selbst gemacht. Der Knochen, den habe ich jetzt zufälligerweise leider ausgewählt. Ich mache mal gleich den Stick in der nächsten Runde auf jeden Fall rein. Knochen ist halt Default. Und ich mag das GUI echt, das ist so, hat irgendwas, naja, ich sag mal, Edles, weil auch diese Herzen so Gold sind. Und ich finde das Pack im Großen und Ganzen echt gelungen. Ja, ich finde es wirklich super gemacht. Ich weiß jetzt nicht, wer das Pack gemacht hat für Prings, aber falls Prings es selber gemacht haben sollte, riesige Props gehen raus. Wenn nicht, ist es mir auch egal, das Pack ist übel nice, Leute. Und auf jeden Fall könnt ihr auch beim lieben Prings vorbeischauen, denn er hat sich da bestimmt auch viel Mühe gegeben beim Konzept ausdenken und so weiter und so fort. Und, ähm, jo, die, die haben wir doch nicht. Geil. Nice, wir haben sie. Okay, gut, dann ist der Letzte, wo, wo ist der Letzte? Wo ist der Letzte? Komm, zock, zock, wo ist der Letzte? Achso, übrigens, der Himmel war nicht an, Leute. Oh, Leute, der Letzte baut sich zur Mitte. Nein, 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 nein. Okay, Leute, wir bauen es mal eben kurz zu weisen. Wir müssen jetzt ganz schnell rüber, Leute, denn dieser Pallas-Skin hat jetzt Gold. Und das heißt für uns, Tod. Das heißt für uns, die absolute Bestrafung der Hölle. Und, okay, nice, Leute, wir haben ihn. Und dann sehen wir uns in der nächsten Runde mit dem Stick. So, Leute, wir sind in der zweiten Runde. Und, ja, ich habe jetzt den Stick auch geholt. Ihr werdet ihn gleich sehen. Hier ist auf jeden Fall der Stick, Leute. Ich finde ihn sehr, sehr schnieke. Und man kann sich ihn auf jeden Fall mal gönnen. Und wenn ihm, wenn einem das nicht gefällt, dann weiß ich auch nicht. Ja, auf jeden Fall hat mir der liebe Prinks das Pack frühzeitig geschickt. Und ich finde es wirklich extrem nice. Lol, was war das? Es lag auch eigentlich nur daran, dass ich einen Pallas-Skin habe. Ihr wisst es doch ganz genau, Leute. So, Leute, wir werden erst mal schön gesandwiched, wie man da sehen kann. Bedeutet, wir müssen uns jetzt beeilen und gehen mal schön schnitzeln, den Gegner. So, da ist er tot. Und da ist ein E-Tack. Und da soßtet der Stein sich. Oh, Leute, oh, Leute, oh, Leute, oh, Leute. Ha! Leute, wenn das nicht schlau war, dann weiß ich auch nicht. Ha, ha, ha. Ich sterbe, Leute. Oh, Gott. Nein! Ich muss echt sagen, das Pack ist mal was anderes, weil Blau und Gold habe ich wirklich noch nicht gesehen. In der Kombination vor allem. Ja, und das passt auch zu Prings, weil der ist ja so vom Kanal-Layout auch so im blauen Style. Und ja, auf jeden Fall haben sie da gute Arbeit geleistet. Und meiner Meinung nach ist das ein sehr kreatives und, naja, ich sag mal was Neues. Und da habe ich schon wieder aufgestoßen. Mann, oh, Mann. Auf jeden Fall Props an den Maker. Könnt man in die Kommentare schreiben, wer das Pack gemacht hat. Denn, Leute, ich habe wirklich keine Ahnung. Was ich auch gar nicht angesprochen hatte, das im Cop-App hier. Das ist nicht selbst gemacht, aber ich mag es trotzdem. Denn, naja, Gelb und Blau passt ja sowieso immer ganz gut bei dem Pack. Vor allem in der Mischung. Und ja, da kann man sich das gönnen. Und das Bett ist anscheinend schon weg. Bedeutet, da oben, den müssen wir da... Ach, Opa Fanny, den kennen wir doch. Also mal ohne Scheiß, wie überlebt er das? Wie überlebt er das? Übrigens, Leute, danke nochmal für die 11K. Wir haben sie live im Stream erreicht. Ich habe mich sehr gefreut. Und nochmal danke für die ganzen Spenden. Ihr wisst Bescheid. Immer am Wochenende streamen ich jeden Tag. Ähm, ja, habe ich mir so vorgesetzt. Äh, vorgesetzt, vorge... Vorgenommen? Genau, vorgenommen. Das ist wirklich ein richtiger Wort. Ähm, ist auch ziemlich schön. Weil es sind immer die Aktiven am Star-Auto-Star. Und es ist immer nice zu sehen, wie die Leute meine Streams enjoyen. Und es ist ziemlich sexy, wie viele immer am Start sind. Leute, großer Minuspunkt. Der Endstone ist einfach irgendein faithful Endstone. Also nicht der normale Endstone. Bedeutet, das Pack wurde nicht fertig gemacht. Aber es kann ja auch gut sein, einfach, dass Prings das noch nicht fertig hat. Wenn es so gewollt ist, Leute, ja, dann ist okay. Aber ich hätte so geile Ideen hier umgesetzt. Wie zum Beispiel die helleren Töne blau gemacht und die dunkleren Gold. Beim Endstone, da sähe das schon viel, viel schöner aus. Aber gut, ist seine Meinung, ist seine, ähm, ja, seine Einschätzung, wie das denn aussehen sollte. Und man sollte es auch respektieren. Das ist nur ein kleiner, naja, ich sag mal, Schwachpunkt an dem Pack. Aber sonst finde ich das Pack wirklich überdimensional. Ja, Leute, so in Schulnoten würde ich ein Pack auf jeden Fall mal, nö. Zwei geben, nö solide. Denn, Leute, ein kleiner Minuspunkt ist halt, wie gesagt, das mit dem Endstone. Die Rüstung juckt mich nicht, ob die irgendwie anders ist oder nicht. Weil die Rüstung, ja, da achten wir jetzt nicht immer so drauf. Ja, aber ich finde das Pack wirklich schön und gelungen. Und man kann sich da wirklich nicht beschweren. Das ist ganz gechillt. Und wir wissen ja auch alle, Leute, Prings hat nicht den besten PC. Bedeutet, eigentlich könnte es jeder benutzen. Weil, ich denke mal, jeder hat so einen PC wie Prings. Wenn man nicht so einen PC wie Prings hat, dann holt man sich halt irgendwie ein Default-Pack. Oder spielt wirklich, ich weiß ja nicht, gibt es Leute von euch, die spielen mit Default, weil sie wirklich so einen schlechten PC haben? Schreibt es mal rein. Aber normalerweise sollte jeder PC irgendein Pack schaffen. So, Leute, der rennt jetzt hier noch die ganze Zeit weg. Ja, ich muss jetzt auf jeden Fall hinterherkommen. Und super. Er macht hier irgend so Faxen. So, Leute, und da haben wir ihn auch. Und dann würde ich einfach sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lass einfach nochmal eine positive Bewertung da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Und ciao. Ciao.